Musik Wow Toll Willst du mich verarschen? Oh Da kommt mehr Polizei. Okay Okay Lassen wir die das doch mal machen Ich weiß es ist eine langweiligere Methode Aber es geht ja ums Hacken und genau so machen wir das jetzt auch Oh Geld Ich weiß nur noch nicht wie ich das machen soll Oh das reicht wohl Dachte ich es mir doch Ah Wollt ihr nicht da rein? Ernsthaft Lauf Was ist das? Oh man Alles wird gut Marcus Bitte tötet euch Was geht hier mit der Bullerei ab Alter? Verstehe ich jetzt nicht Ich wollte nur was schnelles und billiges machen lassen Ja komm schon und so So wir brauchen nur noch ein einziges Stück davon Während die Bullerei jetzt hier rum rennt Äh Moment Ha Guck mal da Hopp Oh das ist zu Ne ne Oh da haben sich die Entwickler aber jetzt leicht gemacht So Das ist zerstört Zentrale Wir haben einen anderen Tipp zu dem möglichen Verdächtigen Bitte melden Da drinnen Alter Willst du mir damit sagen dass ich da hin soll oder was? Die haben auch alle ganz brav keine Sachen dabei Oh Oh Geld Äh So Alter bist du dumm Ich kann euch den gerade zum Glück ablenken dass er nicht Verstärkung ruft Oh Gott das willst du nicht wirklich von mir oder? Auch Konflikt zwischen der Polizei Ich krieg den natürlich nicht toll Super Sache Super Sache Oh Nein Bist du behindert? Du solltest das Auto nehmen Hörn 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 Amm Hörn Hörn Oh, ah, da ist noch eine Kamera, die ich noch nie gesehen habe. Oh Gott, äh. Oh, fuck, zu spät. Oh, warum kriege ich die denn nicht? Hä, wer hat das überlebt? Oh, Mann, okay, ich muss da einmal rein, irgendwie. Komm, wir mal mehr, ist super. Okay. Vielleicht muss ich auch einfach mal beherzt rein. Wow, jetzt holen die aber hier die dicken Kaliber, Alter. Nein, tue ich nicht. Okay, ähm. So. Ja, jetzt müssen wir es einmal. Eine sehr schlechte Deckung, Jungen, Alter. Hält er die Hand nicht ruhig. Oh, der sieht mich nicht. Okay. So. Noch nicht sehr durchschlagskräftig, diese Waffe. Ja, so, okay. Ich warte jetzt mal, bis ich hier fliehe. Das könnte helfen. Ich trinke mal was. So. Wollte ich gar nicht. Wollte das hier. Gucken wir uns mit dem mal um. Gucken wir es uns einfach mal an. Tot und dann noch Geld abgebucht, Alter. Okay, ich muss deutlich näher ran. Also, ich parke jemanden gerade. Okay. Stimmt, das gab es ja auch noch. Ich glaube aber nicht, dass da irgendwas mehr drin ist. Da steht einfach nur die Kiste. Mitnehmen. Und wie soll ich den hier bitte rausbekommen? Habe ich hier irgendwas übersehen, womit ich hochkomme? Wie zum Dreck soll ich den bitte mitnehmen? Ähm. Muss ich ja nicht verstehen, oder? Was er jetzt von mir will. Alter. Kommt er übrigens wohl hoch. Aber die Region ist so gebaut, dass man es nicht kann. Oder nicht sollte. Wie zum Fick soll ich denn dann das Auto mitnehmen? Blitzfigur. Blitzfigur. So. Also, keine Ahnung, wie ich das Auto hier rausbekommen soll. Okay. Und den Kran kann ich ja wahrscheinlich auch nicht bedienen, oder? Obwohl das genial wäre. Aber ich sehe keine Möglichkeit, ihn zu hacken. Das, was da leuchtet, ist nur die Kamera, richtig? Ja. Tja, hier ist so ziemlich gar nichts drinne. Ne? Y? Ah. 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 Gesamte Kokain-Lieferung zerstört. Die wissen jetzt, dass wir es ernst meinen. Verzieh dich mal lieber. Okay. Okay. Das war mir neu. D! Ja. Eis.